Tata hat mich schwimmen gelehrt! Hat mich gelehrt, stark zu sein! Auto die Gänze! Fertig! Los! Hallo, ich bin Gina Markovic und ich spiele... Das Wasser ist eine eigene Welt, ein Land mit seiner eigenen Sprache und die spreche ich fließend. Ich bin in Brustlage, meine Arme nach vorn ausgestreckt, meine Beine nach hinten, warte darauf, mich abzustoßen. Und ich ziehe, drücke, schwinge die Arme zurück in die Ausgangsposition. Ich muss Abstände ausmessen zum Atmen. Ich muss Vertrauen in mich haben, in das Element und in meinen Körper, in die Kraft jedes Körperteils. Aber das tue ich. Ich weiß, wann ich hochkommen muss, um Luft zu schnappen und wann ich den Kopf unten halten muss. Ich stehe für mich allein. Und das hat sich noch nie so gut angefühlt. Das Wasser ist eine eigene Welt, ein Land mit seiner eigenen Sprache und die spreche ich fließend. ... Untertitelung des ZDF, 2020